Ja, damit kommen wir zu unserem zweiten Vortrag am heutigen Vormittag. Frau Weil hat das ja schon erwähnt mit der Volkskammerwahl. Dann gab es ja ein durch demokratische Wahlen legitimiertes Parlament, ist natürlich die Bedeutung der runden Tische sehr schnell geschwunden. Insofern ist die Arbeit der Volkskammer natürlich auch ein ganz wichtiger Punkt, wenn wir uns diese Phase der Selbstdemokratisierung der ostdeutschen Gesellschaft angucken. Und Bettina Tüffers wird uns sozusagen diese zehnte Volkskammer, dieses Parlament im Umbruch und dessen Arbeit vorstellen. Sie ist wissenschaftliche Mitarbeiterin im Forschungsschwerpunkt Parlamente in der DDR, in der Kommission für Geschichte des Parlamentarismus und der politischen Parteien in Berlin. Sie hat sehr breit zur Parlamentsgeschichte publiziert, insbesondere auch zur Volkskammer der DDR in der Zeit des Systemumbruchs. Und ihr Vortrag trägt den Titel, Sie sehen es hier, die zehnte Volkskammer der DDR, ein Parlament im Umbruch. Wir freuen uns, dass Sie zu uns gekommen sind. Ja, ganz herzlichen Dank. Versteht man mich gut? Ja. Wie Frau Weil schon ansprach, und Sie eben auch, Herr Gansenmüller, es geht jetzt um die zehnte Volkskammer der DDR. 2010 wurde dem ehemaligen CDU-Volkskammerabgeordneten Michael Luther in einem Interview die Frage gestellt, Was ist Ihnen an Ihrer Zeit in der Volkskammer besonders in Erinnerung geblieben? Aus Luthers Antwort sprach auch 20 Jahre danach noch offensichtliche Begeisterung. Ich zitiere, Zitat Ende Luther ist beileibe nicht der Einzige, der bei seinen Erinnerungen an diese Zeit regelrecht ins Schwärmen geriet. Man könnte hier eine ganze Reihe weiterer ähnlicher Zitate anfügen. Ich will jetzt nicht auf die einzelnen Punkte, die er erwähnt, eingehen und zum Beispiel fragen, ob das alles wirklich so stimmt. Darüber könnte man sich nämlich durchaus unterhalten. Sicher ist, die zehnte Volkskammer der DDR war ein ungewöhnliches Parlament. Sie existierte nur knappe sechs Monate, vom Tag ihrer Konstituierung, dem 5. April bis zum 2. Oktober 1990 und verabschiedete in dieser Zeit während insgesamt 38 Plenarsitzungen mehr als 150 Gesetze und 100 Beschlüsse. Darunter so zentrale wie den Vertrag zur Schaffung einer Währungs-, Wirtschafts- und Sozialunion, den Einheitsvertrag, das Gesetz zur Einführung der fünf Länder oder das Stasi-Unterlagengesetz. Aber auch Gesetze über Krankenhausfinanzierung, zum frei finanzierten Wohnungsbau, zur Einsetzung einer Handwerksordnung, um nur einige zu nennen. Als erste und gleichzeitig letzte freie gewählte demokratische Volksvertretung der DDR war sie angetreten, den rechtlich wie wirtschaftspolitisch hochkomplexen deutschen Vereinigungsprozess für die ostdeutsche Seite zu organisieren und dabei sich selbst und den Staat, dessen Bürger sie repräsentierte, abzuwickeln. Damit nicht genug musste diese Aufgabe von Abgeordneten bewältigt werden, die über so gut wie keine Erfahrungen mit der Funktionsweise des parlamentarischen Systems und seinen Arbeitsablauf hatten. Am 5. April 1990, morgens um 11 Uhr, begann die letzte Legislaturperiode eines Parlaments, das bis wenige Monate zuvor diesen Namen eigentlich gar nicht verdient hatte. Die alte Volkskammer der DDR war von der ersten Wahlperiode im Jahr 1950 bis zur Wahl vom 18. März 1990 ein Paradebeispiel für eine sogenannte sozialistische Vertretungskörperschaft und damit per Definition grundsätzlich anders als das, was man in der DDR bürgerliche Parlamente nannte. Konkret hieß das, es gab keine Berufsparlamentarier, die kannte die DDR nicht. Man traf sich zwei bis höchstens dreimal pro Jahr in Ostberlin zu einer Tagung, die nicht viel länger als ein oder zwei Tage dauerte und kehrte dann wieder an die Wohn- und Arbeitsorte zurück. Nur so war angeblich ein enger Kontakt zur werktätigen Bevölkerung garantiert. Genauso wenig gab es Gewaltenteilung. Stattdessen verwirklichte die Volkskammer, ich zitiere, als arbeitende Körperschaft, das ist die offizielle Darstellung, den Grundsatz der Einheit von Beschlussfassung und Durchführung. Laut Verfassung der DDR war sie das oberste staatliche Machtorgan. Wahlen zur Volkskammer verzeichneten bis in die 80er Jahre hinein regelmäßig traumhafte Beteiligungen von über 98 Prozent mit ebenso traumhaften Ergebnissen kurz vor der 100-Prozent-Marke für die Einheitsliste der insgesamt zehn in der Nationalen Front zusammengefassten Parteien und Massenorganisationen der DDR. Durch die Anwesenheit der Blockparteien CDU, Liberaldemokratische Partei, Nationaldemokratische Partei und Demokratische Bauernpartei sowie die Massenorganisationen wie Freier Deutsche Jugend oder Freier Deutscher Gewerkschaftsbund im Parlament wurde Pluralismus formal zwar vorgegaukelt, de facto aber herrschte Gleichschaltung unter der Ägide der SED. Die Sitzverteilung stand ohnehin vor jeder Wahl fest. Dass diese Wahlen keine waren, wussten alle. Nicht umsonst nannte der Volksmund sie Zettelfalten. Man faltete ostentativ vor aller Augen seinen Zettel und steckte ihn in die Urne. Schon wer die Wahlkabinen nutzte, vom Streichen unliebsamer Kandidaten auf dem Wahlzettel ganz zu schweigen, machte sich verdächtig. Ich gehe jetzt nicht weiter auf die Details der revolutionären Ereignisse im Herbst 89 ein. Interessant ist vor allem, wie die Volkskammer auf das, was sich in diesen Wochen auf den Straßen ereignet, reagierte. Anfangs reagierte sie nämlich gar nicht. Bislang in den Herbst hinein blieb sie eine loyale Stütze des Systems. Ein erstes Lebenszeichen kam spät. Noch die Sitzung vom 24. Oktober 89, in der Egon Krenz in offener Abstimmung zum Nachfolger Jerich Honeckers als Staatsratsvorsitzender gewählt wurde, verlief nach dem altbekannten Muster. Auch wenn es bei dieser Abstimmung erstmals Gegenstimmen und Enthaltungen gab. Es gab zuvor schon mal in der Volkskammer eine Abstimmung mit Gegenstimmen, das war die zum Schwangerschaftsabbruch, aber hier ging es eben um Personalentscheidungen. Erst langsam erwachte das Parlament aus seiner Starre und versuchte dann eilig, Boden wieder gut zu machen. Auf einmal forderten die Abgeordneten selbst eine dichtere Sitzungsfolge, Information und Diskussionen ein. Vom 13. November an kann man den Beginn eines Demokratisierungsprozesses beobachten, doch er war allenfalls bescheiden. Interessant ist in diesem Zusammenhang auch die Reaktion der Abgeordneten auf die Existenz des zentralen runden Tisches, der seit Dezember 89 tagte und sich zu einer aus Sicht der Volkskammer bedrohlichen Konkurrenzinstitution entwickelte, weil er parlamentarische Funktionen übernahm und in den Augen vieler eine höhere Legitimation als diese hatte. In Interviews gestanden die Abgeordneten dem runden Tisch zwar zu, die Probleme diskutieren zu dürfen, Entscheidungen sollten aber allein die Volkskammer fällen. Doch den rasanten Autoritätsverlust der Volkskammer konnten sie damit nicht mehr aufhalten. Reihenweise traten Abgeordnete in diesen letzten Wochen von ihren Mandaten zurück. Die Leistungen dieser letzten Wochen und Monate der 9. Volkskammer sind also vor allem darin zu sehen, dass sie eine Reise-, ein Staatsbürgerschafts- und vor allem eben das Wahlgesetz verabschiedet hat, mit dem die Wahl vom 18. März 1990 durchgeführt werden konnte. Sie wurde zur ersten freien, demokratischen und wirklich geheimen Wahl. Der Ausgang war für viele überraschend. Es gewann gegen alle Prognosen die Allianz für Deutschland, ein Bündnis aus CDU, also der alten Blockpartei noch, demokratischem Aufbruch, einer Neugründung und Deutscher Sozialer Union, auch einer Neugründung des Herbstes, mit 48 Prozent weit vor der SPD, die noch nicht einmal auf die Hälfte der Stimmen kam, nämlich 21,9 Prozent, und vor dem SED-Nachfolger der PDS mit 16,4 Prozent. Weit abgeschlagen waren die Liberalen mit 5,3 und Bündnis 90 Grüne, der Zusammenschluss von verschiedenen Bürgerrechts- und Umweltschutzgruppen mit 4 Prozent. Komplettiert wurde das Bild noch durch die Abgeordneten von Demokratischer Bauernpartei und Demokratischen Frauenbund mit 2,5 Prozent, und einem einzelnen Abgeordneten der Vereinigten Linken. CDU, DA, DSU, die Liberalen und die Sozialdemokraten schlossen sich am 12. April zu einer großen, wirklich großen Koalition zusammen, die in der Volkskammer eine erdrückende Mehrheit von 303 zu 97 Stimmen besaß. Die Kräfteverhältnisse sollten sich im Sommer allerdings verschieben, als im Juli zuerst die Liberalen und im August dann die Sozialdemokraten die Koalition verließen. Einen knappen Monat vor dem Ende der Volkskammer hatten die Regierungsparteien, CDU, DA und DSU noch 196 Abgeordnete hinter sich, während die Oppositionsfraktionen jetzt auf 204 Mandate kamen. Doch zurück zum Anfang. Die Aufgabe, die vor den 400 neu gewählten Abgeordneten lag, war gigantisch. Mit dem Wahlsieg der Konservativen war klar, dass ein Großteil der Bürger der DDR eine möglichst schnelle Vereinigung mit der Bundesrepublik und die Anpassung der Verhältnisse an den Westen wünschte. Anpassung bedeutete für die Volkskammer vor allem Rechtsangleichung auf allen denkbaren Gebieten. Anfangs ging man noch davon aus, für diesen Übergangsprozess eine volle Wahlperiode Zeit zu haben. Wenn die einen auch für den Einigungsprozess etwas mehr Zeit veranschlagten als die anderen, rechnete niemand mehr mit der dann doch extrem kurzen Lebensdauer dieses Parlaments von lediglich sechs Monaten. Nicht nur, dass die frisch gewählten Abgeordneten nur sehr ungenaue Vorstellungen von dem hatten, was sie dort tun sollten und wie sie es tun sollten. Erschwerend kamen weitere Faktoren hinzu. Einer war, dass sie einander nicht kannten. Und damit meine ich nicht nur, dass beispielsweise die Mitglieder der SPD-Fraktion nicht wussten, wer die Kollegen und Kolleginnen von der CDU, der PDS oder den Liberalen waren. Auch innerhalb der einzelnen Fraktionen wusste anfangs kaum jemand, wen er davor oder neben sich hatte. Zentrale Funktionen in den Fraktionen, egal ob Geschäftsführer, Ausschuss oder Arbeitskreisvorsitzende, mussten besetzt werden, ohne dass man genau einschätzen konnte, ob der Kandidat oder die Kandidatin der Aufgabe überhaupt gewachsen war. Dasselbe galt für die Auswahl der Redner im Plenum. Solange man mangels Erfahrung und Informationen die Stärken und Schwächen der eigenen Mitglieder nicht einschätzen konnte, war man auf Vermutungen und einen gehörigen Vertrauensvorschuss angewiesen. Das Wort Vertrauen ist in der Tat zentral. Es spielt nämlich hier natürlich auch noch das Stasi-Problem eine ganz große Rolle. Im Wahlkampf wurde das thematisiert. Dann hat auf Drängen des zentralen Runden Tisches die Volkskammer beschlossen, die Abgeordneten auf eventuelle Stasi-Tätigkeit überprüfen zu lassen. Das ging im April los und versackte dann und kam dann im September, also wirklich zwei Wochen vor Ende der Volkskammer, nochmal mit Wucht wieder hervor. Es gab heftige Diskussionen in den Fraktionen, es gab dramatische Diskussionen im Plenum, weil sich eben herausstellte, dass durchaus eine Reihe der Abgeordneten mit der Stasi zu tun gehabt hatte. Also das Thema Vertrauen ist für die Arbeit in der Volkskammer ganz zentral gewesen. Es gibt auch einige Beispiele, die zeigen, dass manche Fraktionen eben mit ihrer Einschätzung, wer für sie sprechen soll beispielsweise, vollkommen falsch lagen. Es gab das Vorurteil, dass Pfarrer gut vor Publikum reden könnten. Deswegen hat beispielsweise die Liberalen zu einer Diskussion einen in ihren Reihen befindlichen Pfarrer vorgeschickt. Der ist also gnadenlos untergegangen mit seiner Rede. Das sind so Einzelaspekte, die könnte man noch ausführen, aber dazu fehlt leider die Zeit. Vielen Abgeordneten wurde erst in Ostberlin wirklich klar, dass gewählt zu sein bedeutete, seine bisherige Arbeit aufzugeben und zumindest für einen gewissen Zeitraum, von dem niemand sagen konnte, wie lange er dauern würde, diese Aufgabe hauptamtlich auszuüben. Hatte sich die alte Volkskammer, wie gesagt, mit zwei, drei Tagungen im Jahr begnügt, stieg die Tagungsfrequenz nun rasant an. Im Schnitt gab es jede Woche eine Plenarsitzung. Dazu kamen die üblichen Fraktions-, Arbeitskreis- und Ausschusssitzungen. Einige Sondersitzungen, gerne auch an Sonntagen. Zum Teil tagte man mehrere Tage hintereinander oder manchmal bis tief in die Nacht. Auch wenn viele Abgeordnete anfangs davon ausgegangen waren, zumindest für einige Stunden in der Woche weiter ihrem Beruf nachgehen zu können und darin noch das alte DDR-Ideal des ehrenamtlichen Abgeordneten durchschimmert, wurden sie schon in den ersten Tagen ihres Parlamentarier-Daseins eines Besseren belehrt. Aus ihnen waren gleichsam über Nacht Berufspolitiker geworden. Zumindest was den Arbeitsaufwand angeht. Die neue Tätigkeit ließ auch keine Nebenbeschäftigung mehr zu. Das hieß aber auch, dass sie, weil ihnen ihre normale Einkommensquelle verloren gegangen war, für ihre Arbeit bezahlt werden musste. Und gerade die Diskussion über die Äten in den Fraktionen offenbarte das Unbehagen, dass viele Parlamentarier überfiel, weil sie nämlich jetzt selbst die Höhe ihrer eigenen Bezüge festlegen mussten, wie das im Bundestag und anderen Parlamenten auch Tradition ist. Da vielen von ihnen der Betrag unangemessen hoch erschien, es ging um 3600 Mark plus 2300 Mark Kostenpauschale, und das orientierte sich in der Bundesrepublik an Professorengehältern. In dem Fall legte man auch sowas zugrunde. Die Abgeordneten der alten Volkskammer hatten lediglich eine Aufwandsentschädigung in Höhe von 500 Mark erhalten. Weil vielen das viel zu hoch erschien, spendeten viele Teile ihrer Einkünfte. Dennoch blieben die Diäten ein Hauptkritikpunkt in der öffentlichen Diskussion. Mit dem März 1990 musste für die von außerhalb kommenden Abgeordneten, und das waren die meisten, dauerhaft eine Unterkunft gefunden werden, in der sie nicht nur schlafen und essen, sondern nach Möglichkeit auch arbeiten konnten. Übernachtungsmöglichkeiten in großer Zahl waren zu dieser Zeit in Berlin jedoch rar. Untergebracht wurden die meisten schließlich ausgerechnet in einem ehemaligen Ledigenheim für Stasi-Offiziere in der Ruschestraße in Berlin-Lichtenberg im äußersten Osten der Stadt. Das Haus musste erst notdürftig renoviert werden, war nicht rechtzeitig fertig und bot außerdem zu wenig Platz, was dazu führte, dass manche Abgeordnete sich Zimmer teilen mussten. Und nicht immer gehörten diese Abgeordneten derselben Fraktion an. Das Ganze bekam dadurch ein wenig die Atmosphäre eines Jugendherbergsaufenthalts. Dazu passte auch, dass man sich beispielsweise abends gemeinsam zum Singen zur Gitarre traf. Dieses fraktionsübergreifende Zusammengepferchtsein trug allerdings sicherlich dazu bei, einander besser kennenzulernen und vorhandenes Misstrauen abzubauen. Es gab im Übrigen auch eine Fußballmannschaft, die gegen diejenige des Deutschen Bundestages leider verloren hat in ihrem Spiel. Auch die Arbeitsbedingungen waren alles andere als optimal. Die einem normalen Parlamentsbetrieb entsprechende Infrastruktur fehlte beinahe völlig. Es gab kaum Arbeits- und Versammlungsräume, keine ausreichende Ausstattung mit Büromaterial, schlechte bis kaum vorhandene Telekommunikation. Selbst der Transport von und zum Parlament war problematisch. Die auf die alten Verhältnisse eingerichtete Verwaltung der Volkskammer war dem gestiegenen Arbeitspensum nicht gewachsen. Der Tagungsort, also bis zur 36. Sitzung der nunmehr abgerissene und durch das Stadtschloss ersetzte Palast der Republik, war in den 70er Jahren als sozialistischer Kulturpalast konzipiert worden. Das heißt, es war ein Mehrzweckbau, den sich die Volkskammer unter anderem mit mehreren Restaurants, Theatern, einem Postamt und einer Bowlingbahn teilen musste. Sie war also dort nur ein Nutzer unter vielen und ihr blieb nichts anderes übrig, als sich zum Arbeiten andere Räume zu suchen. Deshalb bezogen die Fraktion Quartier in dem zum Haus der Parlamentarier umgetauften, ehemaligen Gebäude des Zentralkomitees der SED am Werderschen Markt. Für die letzten beiden Sitzungen musste auch das Plenum dorthin ausweichen, weil der Palast der Republik von einem auf den anderen Tag wegen Asbestbelastung geschlossen wurde. Nicht wenige Abgeordnete fanden den Umzug ausgerechnet an diesem Ort als ausgesprochen demütigend. Abgesehen davon war der Leninsaal, in dem man nun tagte, ein reiner Konferenzraum und für den Parlamentsbetrieb denkbar ungeeignet. Es gab keine räumliche Trennung zwischen den Fraktionen. Die Abgeordneten saßen dicht an dicht, was zum Beispiel die Ermittlung von Abstimmungsergebnissen zu einer äußerst komplizierten Angelegenheit werden ließ. Und Besucher wie Journalisten mussten gedrängt an den Längswänden des Saales stehen, weil es für sie keine separate Tribüne mehr gab. Bei all dem Chaos und den Widrigkeiten boten die großen Geschwister aus dem Westen Hilfe und Orientierung, sofern es Schwesterparteien gab. Die PDS hat sich öfter darüber beklagt, dass ihr keiner geholfen hat. Ohne materielle, das heißt also technisches Gerät wie Kopierer, Faxgeräte etc. oder schlicht Geld, wie immaterielle Hilfe aus dem Westen in Form von Informationen, Schulung oder Beratung, wäre die Arbeit vermutlich auch kaum zu leisten gewesen. Die SPD, bei der die Hilfestellung wohl am besten geplant und am umfangreichsten war, beispielsweise verfügte bereits seit Januar 1990 über ein Kontaktbüro in Ostberlin, veranstaltete Schulungsmaßnahmen und Informationsvorträge und lieferte außerdem juristische Unterstützung. Auch der Bundestag leistete Schützenhilfe, ob über Informationen für die Verwaltung, Sachmittel oder die Beratung in Sicherheitsfragen. Bonner Kollegen waren generell in größeren Abständen in den Fraktionen zu Besuch. Allerdings kann man die Hilfe größerer Geschwister hin und wieder auch als Bevormundung empfinden und sicher war hier die Grenze manchmal fließend. In Anbetracht der Umstände kann es nicht verwundern, dass vieles schief ging. Wie man eine Parlamentssitzung mithilfe der Geschäftsordnung leitet, wusste eigentlich nur der stellvertretende Parlamentspräsident Reinhard Höppner von der SPD, der das zwar vor allem seine Erfahrung als Präses und Sitzungsleiter in den Synoden der evangelischen Kirche der DDR verdankte, aber der davon abgesehen wohl auch einfach ein Talent für die Aufgabe hatte. Nicht nur, dass er die Geschäftsordnung, zuerst die vorläufige, später im Juni dann die endgültige, wirklich kannte. Wie Sie daran sehen, gab es eine Geschäftsordnung. Höppner war vor allem in der Lage, Situationen und die sich aus ihnen ergebenden Konsequenzen zu antizipieren, in Alternativen zu denken und Lösungswege aufzuzeigen. Alle anderen Präsidiumsmitglieder, sowohl die Präsidentin Sabine Bergmann-Pohl als auch die sechs Stellvertreter, konnten das nicht und gerieten dementsprechend oft ins Schwimmen. Auch alle anderen parlamentarischen Verfahren mussten erst eingeübt werden, ob es der Ablauf einer aktuellen Stunde, das richtige Verfassen und Einbringen eines Antrages war oder wie man sich für einen Antrag zur Geschäftsordnung meldet. Oder aber auch nur das Wissen, dass Fraktionssitzungen dazu da sind, nach Informationen durch die Fachleute der Arbeitskreise und Ausschüsse die Strategie für das Plenum zu besprechen und festzulegen und eben nicht der Ort für endlose Grundsatzdiskussionen, vor allem wenn man unter Zeitdruck agieren muss. Bei all dem stand die 10. Volkskammer unter permanenter Beobachtung. Ihr Prozess der Selbstparlamentarisierung spielte sich vor den Augen der Öffentlichkeit ab. Denn der Deutsche Fernsehfunk, das Fernsehen der DDR, übertrug die Plenarsitzungen von Anfang an live und fast immer in voller Länge. Durch ein wirklich vorbildliches Kooperationsprojekt von Deutschen Bundestag, dem Bundesarchiv und dem Deutschen Rundfunkarchiv kann sich das heute noch jeder anschauen. Das ist auf der Homepage des Deutschen Bundestages installiert und diese mehr als 200 Stunden Videomaterial sind somit öffentlich zugänglich. Doch das Interesse der Medien an der Volkskammer hatte nicht erst mit der Wahl vom 18. März eingesetzt. Bereits mit dem 24. Oktober 89, also noch in der Endphase der 9. Volkskammer, begann eine ausführliche Berichterstattung des Fernsehens der DDR aus dem Plenarsaal. An diesem Tag wurde, wie schon gesagt, Egon Krenz als Nachfolger Erich Honeckers gewählt, den die Parteivorführung der SED einige Tage zuvor entmachtet hatte. Während der letzten acht Tagungen dieser Legislaturperiode war das Fernsehen permanent live dabei und ließ die Zuschauer am Geschehen teilhaben und sendete bis zum 7. März gut 60 Stunden aus dem Palast der Republik. Die Live-Übertragung der 10. Volkskammer haben diese Praxis also einfach fortgesetzt. Alle Beteiligten versprachen sich davon viel. Zum einen die Bürger, die natürlich sehen wollten, wie ihre Repräsentanten mit dem Wahlauftrag umgingen. Während sich heute vom Parlamentsfernsehen doch eher die Spezialisten angesprochen fühlen, war das Interesse an den Übertragungen in diesen Wochen allgemein sehr hoch. Sehr oft wurde regelmäßig und vor allen Dingen auch gemeinsam gesehen. Wir wissen das aus Zuschriften an die Volkskammerverwaltung. Aber auch die Volkskammer selbst war von der Bedeutung von Transparenz, Offenheit und Information, wie sie durch das Fernsehen vermittelt wurde, überzeugt. Mit diesem neuen Öffentlichkeitsverständnis, in dem sie sich also von Bürgerinnen und Bürgern bei der Ausübung ihrer Tätigkeit beobachten ließ, wollten sich die Abgeordneten bewusst von der Praxis ihrer Vorgänger absetzen. Man kann Beobachten auch unbeschadet durch das Wort Kontrollieren ersetzen, denn darauf lief es hinaus. Besonders deutlich wurde das gleich in der konstituierenden Sitzung bei der Wahl der Präsidentin und des Präsidiums. Das Ungewöhnliche daran war die Auszählung der Stimmen. Sie fand vor aller Augen im Plenarsaal statt, in dem der Direktor der Volkskammerverwaltung umringt von den Schriftführern der Fraktionen jeden einzelnen Stimmzettel laut vorlas. Dass Sabine Bergmann-Pohl nicht im ersten Wahlgang schon die benötigte Stimmenzahl erreichte, war ein zweiter Wahlgang nötig, bei dem das Verfahren exakt wiederholt wurde. Wenn Sie jetzt noch die Wahl der Stellvertreter hinzunehmen, die nach demselben Prozedere stattfand, können Sie sich in etwa vorstellen, wie lange so etwas bei 400 Abgeordneten dauert. So transparent und für alle nachvollziehbar dieser Vorgang auch war, die Urne war übrigens auch noch transparent, das kommt auch noch dazu, strapazierte er die Geduld von Abgeordneten, Journalisten und Zuschauern doch arg. Die Volkskammer verzichtete dementsprechend später auch auf derart aufwendige Verfahren. Sofern die Mehrheitsverhältnisse in der Kammer vom Präsidium aus deutlich auszumachen waren, wurde auch bei Abstimmungen auf das Auszählen verzichtet. Das nur als weitere Randbemerkung zu der Behauptung vom Anfang von Michael Luther, Stimmen seien immer ausgezählt worden. Doch die Dauerbeobachtung durch das Fernsehen hatte ungeahnte und vor allen Dingen unerwünschte Nebeneffekte. Die Zuschauer vor den Bildschirmen bekamen neben all der parlamentarischen Routine, die sich dann doch recht bald einstellte, chaotische Sitzungsverläufe geboten. Sie sahen lesende, essende oder sich unterhaltende Abgeordnete. Sie sahen leere Stuhlreihen und sie begannen sich zu beschweren. Davon zeugen die vielen Briefe, die bei der Volkskammer eingingen. In den Antwortschreiben versuchte man zu erklären, ich nehme an, das sieht heute beim Bundestag ganz ähnlich aus, dass ein nicht bis auf den letzten Platz gefüllter Plenarsaal nicht gleichbedeutend ist mit faulenzenden Abgeordneten. Doch es half nichts. Die Volkskammer hatte bald ein handfestes Imageproblem. Das Präsidium jedenfalls fühlte sich im Juli genötigt, einen Verhaltenskodex zu entwerfen. Darin wurden die Abgeordneten gebeten, sich um ein der Würde des Hauses angemessenes Verhalten zu bemühen. Denn das Erscheinungsbild des Parlaments würde wesentlich durch die Fernsehübertragungen bestimmt. Ich ziehe ein Fazit. Direkt nachdem die Volkskammer im Oktober 1990 ihre Arbeit beendet hatte, gehörten die Abgeordneten selbst wohl zu ihren schärfsten Kritikern. Sie sahen sich fremdbestimmt, von den Ereignissen, den Entscheidungen der eigenen Regierung und der Bonner Politik getrieben und dominiert. Der Zeitdruck, unter dem gearbeitet wurde, war immens. Die haben teilweise wirklich bis zur totalen physischen Erschöpfung gearbeitet. Sie fühlten sich teilweise schlicht überrollt, unter permanentem Zeitdruck eben, ohne die Möglichkeit, eigenständige Entscheidungen zu treffen oder überhaupt Vorlagen so weit durcharbeiten zu können, dass man guten Gewisses über sie abstimmen konnte. Spätestens nachdem im August der Beitrittstermin auf den 3. Oktober festgelegt und im September der Einheitsvertrag verabschiedet war, hatte man sich überflüssig gemacht. Je nach Fraktionszugehörigkeit empfanden die Abgeordneten dieses Gefühl von Ohnmacht mal mehr, mal weniger. Als einer der wenigen Pluspunkte der eigenen Arbeit wurde das Stasi-Unterlagengesetz verbucht, das erst auf Drängen des Parlaments in den Einigungsvertrag aufgenommen wurde. Aber beispielsweise der Wunsch nach der Verabschiedung einer eigenen Verfassung, wie ihn die Opposition hegte, war unerfüllt geblieben. Diese harsche Selbstkritik steht in seltsamem Kontrast zu dem Zitat, mit dem ich begonnen habe, lässt sich meines Erachtens aber erklären, denn für viele Abgeordnete waren diese sechs Monate sicher eine der prägendsten Erfahrungen ihres Lebens. Daher die Begeisterung. Was war nun das Besondere an der 10. Volkskammer? Sie kann einige Eigentümlichkeiten aufweisen, auf die ich jetzt auch nicht näher eingegangen bin. Da gäbe es viel zu erzählen. Es gab einen Sitzstreik, es gab Tribünenproteste, Zuschauer, die Transparente entrollten, Flugblätter in den Plenarsaal warfen. Es gab die Besetzung des Rednerpuls durch Besucher. Es gab Redebeiträge von Nichtparlamentariern. Es gab allerhand Symbolisches wie öffentliche Spendensammlungen im Plenarsaal, im Übrigen auch mit einer durchsichtigen Urne. Das heißt, die Leute an den Fernsehern konnten sehen, welche Abgeordneten im Prinzip wie viel Geld da reinwarfen. Es gab einen Streit um das Staatswaffen an der Kopfwand des Saals, das abgehängt worden ist. Und es gab die emotional hoch aufgeladene Sitzung am 17. Juni. Der Staat unter widrigen Voraussetzungen hingegen war kein Privileg. Das zeigt einen Blick beispielsweise auf den ersten Deutschen Bundestag 1949, die Weimarer Nationalversammlung oder auch auf das tschechische Parlament im Jahr 1989. Zu wenig Platz zum Arbeiten, fraktionsübergreifende Fahrgemeinschaften oder Übernachten in einer Jugendherberge kannten nämlich auch Sie. Und was die vorläufige Geschäftsordnung angeht, der Bundestag hat bis zur fünften Sitzung ganz ohne Geschäftsordnung gearbeitet und dann auch jahrelang nur mit einer vorläufigen, nämlich der modifizierten des Reichstages von 1922. Die 10. Volkskammer gilt, was ihren Arbeitsstil angeht, gemeinhin als sehr konsensorientiert, weniger an heftiger politischer Auseinandersetzung entlang starrer Fraktionsgrenzen interessiert als an sachbezogener, fraktionsübergreifender Problemlösung. Man sollte allerdings sehr vorsichtig sein, das gleich als eine neuartige Form von Parlamentarismus zu deuten, die dem vermeintlich kalten, unnahbaren, professionellen Bonner beziehungsweise Berliner Betrieb eine frischere, spontanere, menschlichere Variante entgegensetzt. Die Konsensorientierung hatte sicher mit der noch nicht besonders klaren Ausdifferenzierung der politischen Parteien der Schwere der Aufgabe, der gemeinsamen Ziele trotz aller Unterschiede im Detail zu tun, aber eben auch mit der fehlenden parlamentarischen Übung und der Unsicherheit im Umgang miteinander. Im Übrigen lässt sich von der Fraktionslinie abweichendes Verhalten bei Abstimmungen, worauf die Volkskammer durchaus stolz war, im Übrigen lässt sich das recht gut ertragen, wenn man über eine derart komfortable Mehrheit verfügt wie die Koalition in ihren ersten Monaten. Auch in der Volkskammer wurde, nachdem die Verhältnisse nicht mehr so klar waren, für Abstimmungen, in denen es wirklich darauf ankam, in den Fraktionen deutlich mehr als zuvor auf Disziplin geachtet. Und polemische Zwischenrufe, hitzige Debatten, ebenso wie persönliche Angriffe, denen der Ruf nach Entschuldigung folgte, gab es auch dort. Man kann also sagen, ein wenig anders Ja, nicht nur für Historiker und Historikerinnen überaus faszinierend, wenn vielleicht auch die oft zu lesende Behauptung, kein anderes deutsches Parlament sei in seinem Fleiß, seiner Kreativität und seiner Zielstrebigkeit so gewesen, wie die Volkskammer etwas übertrieben ist. Beeindruckend in ihrer Arbeit, wie ich nach wie vor finde, war die 10. Volkskammer allemal. Dankeschön. Ja, die Diskussion ist eröffnet. Wer möchte von Ihnen mit Fragen beginnen? Vielen Dank für Ihren Vortrag. Was mich ein bisschen, was mir ein bisschen aufgestoßen ist oder so, Sie sind da so ein bisschen lapidar rübergegangen, das Verhältnis zu den Bonner Politikern ist ja eh nur ganz kurz vorgekommen und Sie sagten dann so, das wäre so wie so große Geschmister, da wäre man auch manchmal genervt. Aber ich habe so ein Interview in der Taz gelesen, wo darüber gesprochen wurde, dass sozusagen in den bundesdeutschen Parteien heute ostdeutsche Politiker extrem unterrepräsentiert sind und ostdeutsche Landesverbände oft ganz wenig politische Macht haben und wir haben ja auch insgesamt das Repräsentationsproblem, dass nur 1,9 Prozent der Führungskräfte auf Bundesebene, also auch der Politiker, überhaupt Ostdeutsche sind überhaupt nicht, dass dem Bevölkerungsanteil entspricht. Wo lagen sozusagen der Anfang dieser für mich heute sehr negativen Entwicklung auch schon in diesem Verhältnis der ersten frei gewählten Volkskammer zu dem Parlament der BRD? Ich weiß jetzt nicht, ob sich sozusagen direkt eine Linie von da bis heute ziehen lässt. Das Problem der Volkskammer bestand halt wirklich darin, dass es ihre Aufgabe war, die rechtlichen Strukturen für eine Angleichung an das Rechtssystem der BRD zu schaffen, dass man aber im Prinzip überhaupt nicht wusste, wie man das macht, weil man es nicht kennt. Das heißt, es ging überhaupt nicht anders als Mithilfestellung aus Bonn. Und da gab es je nach Parteien bzw. nach Fraktionen, aber auch personenabhängig natürlich ganz unterschiedliche Typen. Also es gibt ein ganz interessantes Beispiel von Bündnis 90 Die Grünen. Die bekamen die Fraktion, die Volkskammerfraktion, die sehr gut organisiert war, ganz im Gegensatz zu ihrem westdeutschen Pendant zu dieser Zeit, die einfach eine Chaotentruppe waren, bekamen von Antje Vollmer Besuch. Und die saß in deren Fraktionssitzungen mit drin, als es gerade darum ging, dass die Verantwortlichkeiten festlegen wollten, wer aus der Fraktion ist zuständig für den Kontakt zur Presse beispielsweise. Und sie hatten sich eine Lösung ausgearbeitet, dass einzelne Personen für einzelne Bereiche zuständig sein sollten. Ja, dann kommt Antje Vollmer, setzt sich in die Fraktion und sagt, naja, also bei uns in Bonn kann jeder zu jedem Thema sprechen. Und damit war der ganz schöne Plan erst mal kaputt gemacht. Also das war eine Form, zumal die Bündnis 90 Grüne sowieso sehr, sehr reserviert waren, was die Vorschläge und Empfehlungen von den bundesdeutschen Grünen anging. Also das war so ein permanentes Konfliktpotenzial bei denen. Andere Parteien, ich denke bei der SPD, hat es sehr gut funktioniert. Gerade diese Fraktionsbüros, die aufgebaut worden sind, die waren eigentlich unerlässlich. Es gibt sehr wenige ostdeutsche Abgeordnete, die fühlten sich auch teilweise nicht gut aufgenommen, beispielsweise als sie zwischen Oktober und Dezember dann als Delegierte bis zur ersten gesamtdeutschen Bundestagswahl in den Bundestag geschickt worden sind. Das waren 144 Abgeordnete, die wurden dann von den westdeutschen Fraktionen aufgenommen, beziehungsweise die PDS war als eigene Gruppe dort. Die wurden unterstützt, auch mit Sachmitteln und so weiter und Informationen, aber die haben sehr schnell feststellen müssen, sie kommen da in einen laufenden Betrieb rein und sind totale Neulinge. Das heißt, sie müssen sich hinten anstellen quasi und auf ihre Erfahrungen wird eigentlich nicht so wahnsinnig viel Wert gelegt. Das ist einerseits aus ihrer Sicht natürlich sehr bedauerlich gewesen, die hatten sich da sehr viel mehr erhofft. Wenn man es aus dem bundesdeutschen Parlamentsbetrieb heraus betrachtet, ist es aber auch in gewisser Weise verständlich, weil die deswegen nicht ihren ganzen Betrieb sozusagen runterfahren wollten, um dann auch erstmal eine Einarbeitungsphase zu beginnen, sondern die mussten sich im Prinzip wie jeder neue Abgeordnete quasi hinten einreihen lernen und dann irgendwann später mitarbeiten. Also es ist auf der einen Seite von ostdeutscher Sicht her durchaus verständlich, andererseits, wie gesagt, die westdeutsche Seite hatte eben für ihr Vorgehen auch Argumente. Weitere Fragen? Frau Geier? Also genau, genaue Zahlen kann ich Ihnen jetzt nicht nennen. Es gibt eine ganze Reihe, die sind, es gibt wenige, die sind in den Bundestag gegangen und das wurde auch von Legislaturperiode zu Legislaturperiode weniger. Ich glaube, zwei Legislaturperioden danach waren es noch 50. Bei der Wahl 1990, glaube ich, waren es um sie 70. Es sind sehr viele in die Länderparlamente gegangen und wurden dort auch wirklich gebraucht, weil es eben, auch wenn sie nur einen geringen Erfahrungsvorsprung hatten, sie hatten einen, sie wussten, wie man das jetzt macht und haben dort teilweise auch als Gruppe ehemaliger Volkskammerabgeordnete, ich glaube, gerade in Thüringen war es so, durchaus eine zentrale Rolle gespielt, weil sie auch so Machtfragen für sich entschieden haben. Ich denke, es sind sehr viele auch auf die lokale Ebene gegangen. Es gibt allerdings auch sehr viele, die danach gesagt haben, sie haben festgestellt, das ist eigentlich nicht ihre Sache. Also gerade, wie Politik im Parlament gemacht wird, in Parteien gemacht wird, das entspricht ihnen und ihnen Vorstellungen nicht und sind deswegen auch nach dieser Zeit einfach ausgeschieden und haben was ganz anderes gemacht. Weitere Fragen von Ihrer Seite? Meine Frage, war den Abgeordneten bewusst, dass sie nur auf Zeit ein Mandat haben, weil keiner wusste, wie lange diese neu freigewählte Kammer der DDR existieren würde? Oder stand in der Verfassung der Neuen Republik das Gebot der Wiedervereinigung? Neue Verfassung gab es ja nicht. Also es war Ihnen schon klar, dass Sie auf Zeit das machen, aber wie groß dieser Zeitraum ist, war nicht klar. Also wie gesagt, anfangs ging man wirklich von ungefähr und eben auch mit der Vorstellung, als das mehr oder weniger ehrenamtlich machen zu können. Es gibt eine hochinteressante Diskussion aus der CDU-Fraktion, die wohl anfangs wirklich überlegt hat, ob man das sozusagen splittet, dass ein Teil der Fraktion ehrenamtlich tätig ist und einige Funktionsträger das hauptamtlich machen. Und die Fraktionsprotokolle der CDU liegen auf Tonband vor. Man kann sich das also anhören und das ist hochspannend. Als einige das dann festgestellt haben, dass sie das jetzt hauptamtlich machen müssen, ohne zu wissen, wie lange, das war ein regelrichter Schock für die. Also da gab es heftige Diskussionen, die meinten ja, wieso? Also ich muss eigentlich nächste Woche um 6 Uhr in der Klinik sein oder sonst wo. Ich weiß überhaupt nicht, wie ich das machen soll. Wie habt ihr euch das vorgestellt? Und es haben auch sehr viele gesagt, hätten sie gewusst, unter welchen Voraussetzungen sie arbeiten müssen, hätten sie sich nicht zur Wahl gestellt. Also da, und das waren nicht wenige, das war eine große Menge, die sagten, also wenn wir das vorher gewusst hätten, hätten wir es nicht gemacht. Und die sind dann wirklich ins kalte Wasser geschmissen worden. Dass es wirklich dann nur sechs Monate war, das war überhaupt nicht abzusehen. Das hat so eine Dynamik bekommen, schon nach den ersten Wochen. Also das, es ist wirklich bewundern, also ich finde es äußerst bewundernswert, wie diese 400 Leute mit dieser Situation zurechtgekommen sind. Die haben wirklich von einem auf den anderen Tag ihr Leben so komplett umgekrempelt. Und ohne zu wissen, was passieren wird, haben sie sich dieser wirklich extrem anstrengenden Arbeit unterzogen. Also das wird, finde ich, im Blick auf die Volkskammer eigentlich nach wie vor nicht genug gewürdigt. Hans-Use Schlichting hat die nächste Frage. Die Volkskammer war ja getrieben von zwingenden politischen Erfordernissen und stand unter hohem Zeitdruck. Aber trotzdem hat man sich die Zeit doch auch genommen und hat sich mit der Frage deutscher Schuld, Holocaust, Verhältnis zum Staat Israel, Bekenntnis sozusagen, auch der DDR zu NS-Vergangenheit und Verbrechen befasst. Können Sie zu dieser Debatte und zu diesem, ich vermute es war ein Beschluss, was sagen, der sich ja auch zu den Stammstunden zählte, der Volkskammer? Ja, das war zum, es war auch die polnische Westgrenze beispielsweise, die festgelegt worden ist, wo, soweit ich mich erinnere, sogar so noch so, also was diese Erklärung anging, aus Westdeutschland so einige Vorbehalte gegeben hat. Aber das waren auch Sachen, die wirklich fraktionsübergreifend stattgefunden haben. Also dass man, dass die Volkskammer wirklich ganz zu Anfang gesagt hat, es gibt so diverse Erklärungen, die wir abgeben müssen, einfach um, ja auch um, um der internationalen Gemeinschaft auch die Ängste zu nehmen, die gar nicht wissen, was da jetzt passiert. Das ist eben, dass man sich eben dazu bekannt hat, zur polnischen Westgrenze, dass man da jetzt nichts dran rüttelt und eben auch die, die, den Nationalsozialismus eben verurteilt hat. Also das, das begann, war ganz, das war sozusagen der Auftakt, mit dem die Volkskammer begonnen hat. Und das war auch kaum umstritten. Zwei, drei Fragen von Ihrer Seite. Ja, hier haben wir zwei wenigen hier hinten. Ja, vielen Dank erstmal für den Vortrag. Meine Frage bezieht sich nicht so sehr auf die demokratisch gewählte Faxkomma, sondern zum Thema Wahlen in der DDR, also vor der Wendezeit. Und zwar, es gab ja in der DDR formal, also auf dem Blatt Papier, keine Wahlpflicht. Und trotzdem gibt es ja Fälle, wo halt, also ich kenne zum Beispiel den Fall von einer Lehrerin, die halt nicht wählen gegangen war und dann wurde sie mehrmals verwarnt und dann den Beruf benachteilig und schließlich entlassen. Können Sie mal so, können Sie da bitte einen Überblick geben, was so die Folge war von nicht wählen in der DDR, obwohl es in der DDR keine Wahlpflicht, kennen Sie da weitere Geschichten, Beispiele? Da bin ich ehrlich gesagt die falsche Adresse für diese Frage. Es gibt, den Autor habe ich jetzt blöderweise auch nicht im Namen, nicht beratet, das vom Zettelfalten zum, heißt dieses Buch, es ist so ein Wälzer zu Wahlen in der DDR, kann ich, Michael Klenke ja vom Zettelfalten zum Wahlen oder sowas ähnliches, sehr gutes Buch, kann ich, muss ich Ihnen jetzt einfach empfehlen, das müsste ich Sie bitten, dass da, weil, wie gesagt, da bin ich überfragt, was das angeht. Dankeschön für den interessanten Vortrag. Mich würde interessieren, in der alten Volkskammer in der DDR gab es ja auch die Blockpartei NDPD, die waren ja innerhalb des Systems, haben die ja die Rechtsaußenposition vertreten. Jams da überhaupt dann so Rechtsaußen in der Volkskammer oder war dieses erste Parlament dieses Übel los? Also die Rechtsaußen, die DSU war sehr konservativ, sagen wir so, die orientierte sich an der westdeutschen CSU und hatte im Prinzip hauptsächlich einen Programmpunkt, das war die Vereinigung, so schnell es irgendwie geht. Die haben auch permanent Anträge gestellt, also am besten Einigung am heutigen Tag, das konnte man dann immer noch rechtzeitig irgendwie abwehren, aber dass es Rechtsaußenparteien gegeben hätte, nein. Dann würde ich nochmal nach der Volkskammer und die Folgen für die Vereinigung fragen wollen. Einerseits ist das eine Erfahrung der Selbstdemokratisierung, so könnte man das ja auch beschreiben. So würde ich das auch sehen. Es gibt einen Verfassungsentwurf, den die Volkskammer erarbeitet wird. Ich glaube, in diesem demokratischen Selbstverständigung ist sowas ganz zentral. Und wie anfangs ja gefragt worden ist, relativ wenig von dieser Selbstdemokratisierungserfahrung wurde dann sozusagen nach dem 3. Oktober 1990 mit hinübergenommen ins Vereinte Deutschland. Ist das langfristig dann doch ein zentrales Problem für die Einheit gewesen oder fand die Desillusionierung über Parlamentarismus schon viel früher statt? Sie hatten das erwähnt mit den Fernsehübertragungen, wo man gesehen hat, das Parlament ist aber ja, das sind ja die klassischen Vorwürfe an den Parlamentarismus. Wie würden Sie das sehen? Das ist auch ganz stark abhängig von den einzelnen Personen. Also wären beispielsweise oder auch teilweise von den Fraktionen, wären sich beispielsweise in der SPD, die ja schon dezidiert als Partei sich gegründet hat, mit dem Ziel im Parlament zu arbeiten. Da findet man, denke ich, die meisten, die das voll akzeptiert haben, auch die Mechanismen und Sachzwänge, die damit verbunden sind, also diese Funktionslogiken quasi. Aber beispielsweise gerade die wenigen, die aus den Bürgerrechtsbewegungen dann wirklich in der Volkskammer gelandet sind, das waren ja nur extrem wenige, die beispielsweise dann eben bei Bündnis 90 Grüne waren, da gibt es einen sehr hohen Anteil von Leuten, die damit gefremdelt haben und dieses Fremdeln eigentlich auch nicht abgelegt haben. Also die sich die Art und Weise, wie Politik gemacht wird, wie politische Entscheidungen getroffen werden, wie Bürger eingebunden werden in die Sachen, die sich das total anders vorgestellt haben. Und ja, also es ist die Frage, wie man das hätte anders machen müssen. Es war schlicht, denke ich, auch einfach zu wenig Zeit. Also möglicherweise wäre das anders gewesen, wenn es länger gedauert hätte, aber das war, wie eben gesagt, auch internationalen Entwicklungen unterworfen, die man nicht hat steuern können oder kontrollieren können. Also die Einflussmöglichkeiten waren halt relativ beschränkt. Und insofern, ich kann es nicht wirklich beantworten. Wäre ja dann auch die Frage, wenn Sie das so schildern, dieses Fremdeln von den Bürgerrechtlern schon sehr früh an der repräsentativen parlamentarischen Demokratie, könnte ja auch eine Erklärung sein, dass manche dieser Bürgerrechtler bis heute fremdeln, aber sozusagen nach ganz rechts gewandert sind, wo man sich immer fragt, wie kann das passieren? Vielleicht ist das eine der Erklärungen. Möglicherweise ja. Also das würde ich auch so sehen, ja. Ja, haben Sie noch Fragen an Frau Tüffers? Wenn dem nicht der Fall ist, dann danken wir Ihnen ganz herzlich für Ihren Vortrag und für die Diskussion und würden jetzt sozusagen in die wohlverdiente Kaffeepause gehen. Das heißt, wir werden uns hier wieder um 12 Uhr sehen. Dann wird Markus Böck zu uns sprechen, wieder sozusagen über ein vorproduziertes Video und dann die Diskussion wieder per Videokonferenz. Ja, danke Ihnen erst mal soweit. Und bis nach der Pause. Draußen ist alles aufgebaut und ich glaube, es regnet gerade nicht. Wir scheinen Glück zu haben. Danke. 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 Vielen Dank.